Musik Vier Tage lang wurde im Koblenzer Stadtteil Gülz das traditionelle Blütenfest gefeiert. Alika Kadenbach, die diesjährige Gülser Blüten- und Weinkönigin, wurde vom Koblenzer Oberbürgermeister Dr. Joachim Hofmann-Göttig proklamiert. Das war schon immer ein Kindheitsrat von mir, irgendwann mal hier auf der großen Bühne zu stehen, um für Gülz da zu stehen, Gülz da zu präsentieren und auch mein Hof hat für immer gesagt, an dieser Herdmann stehst du auf der Bühne und heute ist mein Traum endlich wagen geworden. An ihrer Seite die Prinzessin Linda Seidel und Eva Scheidweiler. Nach der Eröffnung des Blütenfestes durch den OB feierten die zahlreichen Besucher gemeinsam auf dem Festplatz, die trotz des Regens erschienen waren. Die Mitglieder der Dancingband The Candies sorgten für den passenden musikalischen Rahmen am Eröffnungsabend. Währenddessen konnten sich die Gäste von der hervorragenden Qualität der Gülser Weine überzeugen. Die Winzer hatten viele ihrer Tropfen zur Verkostung im Angebot. An den weiteren drei Tagen hatte das Festprogramm mehrere musikalische Acts, darunter auch ein Platzkonzert mit dem Musikverein Sankt Servazus Gülz und internationalen Künstlern zu bieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017